Breakout-Strategien in der Theorie ganz einfach und sorgen bei dir für massive Profite. In der Praxis kommt es leider oft zu einem Fake-Breakout und du endest mit einem Verlust. Und genau dafür verrate ich dir heute meine Lösung. Ist dir das jemals passiert? Du hast einen Preisbereich gefunden, den du als Range identifizieren kannst. Du hast die Oberseite der Range gefunden und du hast die Unterseite gefunden und du bist jetzt auf der Lauer nach einem Breakout. Da ist auch schon die erste wirklich saftige Breakout-Kerze und du denkst dir, ich profitiere jetzt so richtig, wenn der Markt für mich losrennt. Du gehst also einen Trade ein und möchtest diesen Breakout für dich nutzen. Dann fängt der Markt an, gegen dich zu rennen und rennt einfach schnurstracks in deinen Stop-Loss. Und du fragst dich, warum ist das passiert, was habe ich falsch gemacht und wie kann ich es nächstes Mal besser machen. Und genau dafür möchte ich dir heute eine Lösung anbieten. Bevor ich dir aber meine Lösung verrate, müssen wir uns erstmal ansehen, was ist denn eigentlich ein Breakout. Von einem Breakout sprechen wir immer dann, wenn der Preis zwischen zwei Grenzen pendelt. Wir haben also immer eine Art Range, in der sich dieser Preis bewegt. Diese Range hat natürlich eine Obergrenze und eine Untergrenze und sehr häufig sehen wir, dass der Markt zwischen diesen beiden Grenzen mehrfach hin und her pendelt und wir immer wieder Berührungspunkte mit beiden Seiten erleben. Von einem Breakout sprechen wir dann, wenn der Markt eine der beiden Seiten nachhaltig bricht und wir dann anfangen, so richtig weg zu rennen. Und in der Praxis sehen diese Pattern eigentlich nie bilderbuchmäßig aus. Das müssen sie aber auch nicht, denn sie haben immer zwei Dinge gemeinsam. Der Preis konsolidiert oder pendelt in einem sehr engen Preisbereich zwischen zwei Grenzen und irgendwann bricht der Preis aus. Und wenn man darüber nachdenkt, dann können wir uns das Ganze zunutze machen. Was können wir jetzt also tun, damit wir bei einem Breakout nicht auf die falsche Fährte geführt werden, sondern den Markt in die richtige Richtung traden. Das Stichwort hierfür ist Liquidität. Wir müssen uns überlegen, was denn eigentlich am Markt passiert. Und wenn wir uns einfach mal diese Range anschauen, dann können wir uns überlegen, dass hier ganz viele Händler aktiv werden, die in einem engen Preisbereich handeln. Das heißt, ganz viele Short-Positionen und ganz viele Long-Positionen passieren innerhalb dieser Range. Diese Long- und Short-Positionen haben natürlich auch einen Stop-Loss, der wahrscheinlich irgendwo unter oder überhalb dieser Range ist. Das heißt, zu beiden Seiten dieser Range sammelt sich Liquidität. Und für jeden Breakout benötigt es Liquidität, denn jeder Käufer benötigt einen Verkäufer und jeder Verkäufer benötigt einen Käufer. Dementsprechend können wir uns überlegen, dass die erste Bewegung aus dieser Range heraus vermutlich ein Fakeout wird, der nur dazu da ist, um diese Liquidität zu nutzen, um dann in die Gegenrichtung zu kommen. Und genau das können wir uns zunutze machen, indem wir uns einfach überlegen, wenn der Preis diese Range einmal verlässt und wieder zurück in der Range schließt, dann handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Fakeout, der nur dazu da ist, um in die Gegenrichtung zu kommen. Und genau das können wir uns zunutze machen, indem wir es genau so handeln. So könnten wir beispielsweise einfach hier die Gegenposition einnehmen und dann diesen Fakeout für uns nutzen und letztendlich für uns handeln. So können wir die Liquidität der Oberseite nutzen, um dann auf die Gegenseite zu kommen. Das heißt, wir merken uns ein paar Dinge. Die Konsolidierung ist nur dazu da, um Liquidität zu sammeln. Und deshalb überlegen wir uns immer ganz genau, wurde diese Liquidität schon genutzt, um auf die andere Seite zu kommen. Und wenn man sich diesen Gedanken verinnerlicht, dann kann man das natürlich auch auf diverse andere Muster anwenden, die Breakout-Patterns eben, und sich damit in seinem Trading deutlich verbessern und damit eben weniger auf Fakeouts reinfallen. Das A und O dafür ist natürlich, dass du Liquiditäten verstanden hast. Und wenn dir das noch schwerfällt, dann sieh dir als nächstes dieses Video an.